Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der LPG schwarzen Pumpe zusammen mit dem McManus. So, ich kippe hier gerade Weizen in die Produktion Lamell. Das ist gut. Ich grube auf Feld 2. So. Machst du hängelach abladen die Weizen in der Hochsilo? Oh, Nadja. Nadja. So, wir haben jetzt Weizenhaferrocken, Gerste, kann man hier reinhauen. Okay, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, er. Warte mal, da musst du doch mal ganz kurz gucken, weil ich glaube, AFA können wir doch... Weizenrocken, Haferrocken, Gerste, Weizen. Oh, 113.000 Gäste. Achso, der Grubber ist schon geil, ey. Der Grubber ist nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, für Mehlproduktion ist gesorgt, das heißt, die Backwaren werden auch bald wieder laufen und werden uns schöne, geile, fette Brötchen... Ich liebe ja Brötchen, ne? Ich finde Brötchen geil. Ich auch. Achso, Gene! Der Nachbar hat jetzt nochmal gefragt, wegen Samstag. Gehen wir hin, oder was? Sinnlos, wieder voll. Kein Spaß. Ähm. Dann. Mal das tun. Ach. Kampf nochmal. So. Bin mir noch nicht mehr so sicher, was wir die Hühnchen da wollten, ey. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht ein paar Chicken Nuggets. Ne, das war... Chicken Wings? Hühnchen. Intim geschnitzeltes. Huch. Du hast gesagt, wir haben gedämpfte Kartoffeln am Schlüssel, ne? Ja. Ne, gewaschene Kartoffeln. Gedämpft sind sie noch nicht, ne? Ne, ich check das mal, ey. Ich mach mal ne Checkung. Ja. Töp. Haben wir eigentlich noch mehr Kartoffeln, oder haben wir das alles da reinge... Ne, wir haben nur 31.000 im Lager, aber holla die Waldfee. Ich habe keine Hose an. Hast du das eigentlich schon mal erwähnt, in dieser Aufnahmesession? Ne, hast du noch nicht. Ne, ich sitze hier mit T-Shirt in Schlüppern. Oh, das ist natürlich nice. Ich habe immer die Weißen mit Eingriff. Kennst du die hier vorne, wo du so einen Eingriff hast? Ja, ja, ja. Wo sie einen Schniedel rausholen beim Bullern? Ja, kenn ich. Ist sehr angenehm. Die Schlüpfer? Ja. Mir ist das egal, ich trage alles außer Tanga. Die Männer, die tragen Tangas, ne? Ja. Also Männer-Tangas, es gibt Männer-Tangas. Es gibt Männer, die tragen wirklich Tangas. Ja. Und ich glaube, verdammt nochmal, dass du einer davon bist. Ne. Doch. Warum? Weiß ich nicht, zu dir passt das irgendwie. War Tanga? Ja. Wo du gerade Tanga ansprichst hast. Ich war heute mit meiner Freundin bei Lidl. Und da war ein Mädchen mit einem neon-orangenen Tanga und ein Kleid, was komplett durchsichtig war. Da hast du wieder gegeiert und gesappert. Hab ich direkt gesagt, Schatz, guck da mal hin. Wo guckst du da hin? Anstatt mal mitzumachen und sagen, wie bittschig ist das denn? Was soll ich machen, ey? Soll ich dir Hygiene-Faust geben hier? Wie bist du Profis oder was? Oh, geil, ey. Guck mal hier. Und, ey. Komm, lass mal hingehen. Lass dich mal anquatschen. Können die aber einladen, Schatz. Ja. Let's do it. Together. Together. Together we have fun. Hm, 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 hm. Together we have fun. Ey. Ach, ja. Es reicht. Jetzt reicht es. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber jetzt schmeiß ich jeden raus, der das macht. Ohne Witz. Oh, du wurdest wieder angeschrieben bei Steam. Ey. Es hört nicht auf. Du kannst den Leuten sagen, ich bin am Augen. Sehr geiles Video. Darf ich morgen mitspielen? Wow. Boah. Schreibt da mal zurück, klar. Ja, nee, nee. Mach das bloß nicht, doch. Wenn du da schreibst, klar. Ich schreib dich morgen an, Junge. Dann schreibt er dich um sieben Uhr schon an. Boah, ich freu mich heute auf Freude, ey. So, da haben wir auf jeden Fall diese Woche wieder ein bisschen was geschafft. Und vor allen Dingen, wir haben auch Kohle gemacht. Das ist ganz gut. Ich wusste, dass der Hitschatter schreibt. Ich wusste es, ey. Was denn? Ach, weil ich geschrieben habe, wäre schön, wenn wir pünktlich um neun Uhr anfangen können. Schreibt er gerade bei Skype. 21 Uhr. Hahaha. Ist es schon? Der Bobo, ey. Ah, okay. Ja, habe ich ja gesagt. Gut, wir haben uns noch kurz unterhalten jetzt gerade, aber... Wo ist denn unser... So, Leute. Und jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn, damit hier mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Also, du weißt, wie meine Leute unterhören. Das ist immer Fakt. Leute, es nützt ja nichts. Das Feld muss ja gemacht werden. Das ist ja der Landwirtschaftensimulator. Und Felder bestellen gehört auch mal dazu. Genau. Sehe ich ja genauso wie du. Ich finde es auch ganz klasse, dass du es hier so knallhart durchziehst. Die Klappe. Warum? Weil du nie auf dem Feld gammelst. Ich bin immer auf dem Feld. Ich sehe an, ich grube, mache ich alles mit. Mhm. Ich kann dir mal das Stroh aufsammeln auf Feld 3. Stroh auf Feld 3? Ja, das ist alles voll noch. Wollte ja eigentlich Tom machen, aber der ist ja nicht da. Ach so, ja. Stimmt's, stimmt's. So. Ganz kurz schauen, wo liegt denn die Gabel? Irgendwo hier muss die Gabel rumliegen. Wir werden wieder hin, ey. Kein normaler Mensch wieder, ey. Ich kann sagen, jetzt das Feld nicht allzu groß, ey. Sag mal, war der Kartoffelwäscher direkt da mit drin in der Halle? Ja. Wasche ich die direkt noch? Das ist ja wertsteigend. Ja, würde ich mal vorschlagen. Warte mal. Ich hab schon vergessen, was der MB-Drag für einen geilen Sound hat, ey. Was hast du denn vor? Wer? Du. Wie meinst du das jetzt? Mit gewaschen. Kartoffeln waschen. Dämpfen? Ja, welche willst du waschen? Ja, hier sind da jetzt gewaschene Kartoffeln. Das sind gewaschene Kartoffeln, ja. Und die kann man auch dämpfen. Ja, dämpfen, ja, genau. Ja, wo ist der Dämpfer? Äh. Weiß ich nicht. Öffne du mal eben das Farming-Tablet. Wo ist der Dämpfer? Scheiße. Ähm. Komm, du bist dran mit dem Farming-Tablet. Nee, holl ab, ey. Kannst du mal, äh. Also, was machst du hier? Mach dich aufs Feld, Mann. Weißt du Höhe, oder was? Entschuldigung, ich bin schon wieder weg. Ich mach weiter, Meister. Boah, Alter, ey. Da geht mir direkt die Hutschnur auf, ne? Aber jetzt mal ohne Mist. Kann ich? Deinen Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, hier. Wie kann ich nur? Ja, also. Oh, Mann, ey. Hey, da schlägt's 13 bei dem. Ich will den anderen Scheiß jetzt haben. Wo ist denn der andere? Guck mal bei der Futtermischstation, ob da der Dämpfer steht. Ja, mit einem Atom braucht dieser nicht da, ey. Mal so. Immer so, ey. Mr. Green. Das ist nicht Poker-Werbung? Ja. Machst du sowas? Ne. Ich darf sowas nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Warum? Ah, du verzockst das, oder was? Glücksspiel allgemein? Das darf ich nicht, Alter. Echt nicht? Ne. Du empfängst dich dafür? Aber volle Pulle. Schon seit Kind auf. Krass. Jetzt nicht gedacht. Meine Mutter hatte damals Probleme. Wir waren in Mallorca. Mallorca? Auf Mallorca. Und haben dort Urlaub gemacht. Und dort war so eine Kinder-Dinge mit Greifarm und, ähm. Die ganze Urlaubskasse da reingeschüttet. Oh, der Scheiß. Ich wollte da nicht mehr weg. Ich hab da richtig Palava gemacht, Alter. Wow. Und das ging weiter. Wie, das ging weiter? Ja, das ging mein ganzes Leben lang so weiter, ne? Wenn Kollegen gesagt haben, lass mal Spiel, du, Alter. Hab ich, äh. Da bin ich nie hin. Da bin ich nie hin. Aber ohne Mist, ey. Ja, war ich danach auch nicht mehr. Danach hab ich, äh, mein Ausbildungsverhalt, das war grad Erste. Alles verzockt, Alter. Am einen Tag. Ja, das ist, das darf ich nicht, ey. Ich darf kein Glücksspiel machen, ey. Auch dieses Gambeln. Ich hatte, äh, gestern hab ich mich mit Randy, äh, hab ich auch mal gegambelt, Alter. Fünf Euro. Auf einmal wollte ich schon zehn und 15. Ich sag, nee, ich bin jetzt weg. Hab ich direkt die Seite geschlossen, bin gegangen, Alter. Ich hab gesagt, nee, nee. Ja, das kannst du nicht machen. Ach, ja. So. Du, 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 du. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ey, wie soll ich Ihnen Kartoffeln denn aufladen? Der geht da nicht rein. Er geht nicht rein. Geht nicht rein? Ein bisschen Spucke. Kein Bock, hier vorne die Gabel anzulecken. Das ist ja ein Ding, ne? So, fertig, hier, Robert. Jetzt dünge ich mal. Pack die Gabel da rein. Das glaub ich doch nicht. Wo denn? Was machst du denn? Ich versteh auch nicht, wie mir die Scheißkartoffel verschlagen und so eine verkackte Halle bauen. Das verstehe ich auch nicht. Vor allem, die Türen sind so breit wie eine Haustür, ey. Haben wir was für Flüssigdünger oder so? Weil der Mist, der Kompoststreuer gemächtigt ist er ein bisschen auf Eier. Flüssigdünger, äh... Der Kompoststreuer, der ist ja übelst geil, den wir haben. Der Kompoststreuer, der ist ja kein Kompost, das ist ja kattig. Näh, Kompoststreuer. Ich hab letzte Folge schon mit Kompost. Was machst du denn da? Ich versuch diese verschissenen Dreckskartoffeln hier rauszuholen. Wieso ziehst du denn alle drei mit? Alle drei mit, das ist der Paletten-Ding. Achso. Ja, sehe ich gerade, ja. So. Kannst du mal bitte vorne an dem Anhänger den einen abhängen da? Hä? Ich bin draußen vor der Halle, steht doch ein Dings mitten im Anhänger. Ja. Kannst du mal den Traktor abhängen und kannst den mal wegfahren? Was ist denn da von... Du sollst den abhängen. Was? Ich hab Angst, Leute. Ich will hier auch raus. Rute rettet mich. Also ohne Scheiß, ne? Was denn? Ich auf der Baustelle irgendwo. Chef wäre. Ey, ich wäre so ein Wichser, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wäre ein guter Chef, ich wäre ein fairer Chef, aber ich wäre auch ein Wichser, ey. Äh, das ist das Knallhart, das kann ich mir nicht vorstellen, Alter. Ich nebe dir zusammen auf, also. Mach mal hier die Türen schon mal auf. Damit du ja nachher auch wieder rauskommst. Der Anhänger hängt ja fest. Jo, dieser Anhänger hängt ja fest. Hey, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, er hängt wieder. Diesmal in der Kartoffel-Waschanlage. Nina. Ich hab mit Tom echt ein ernstes Wort erreden. Guck dir das mal an hier. Der kann gar nichts, der Junge. Guck dir das mal an, ey, du sollst aufhören, gut über mich zu sprechen. Sie hat gesagt, ich soll aufhören, über mich zu über so schlecht zu reden. Ja, 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 ja. Endlich mal, endlich mal, ne Frau, die es versteht, ey. Aber gut, die meisten Frauen verstehen mich. Deine Mom hat's auch relativ schnell kapiert. So, ähm. Quatsch, gerade scheiße. Was? Er sagt, ja, endlich mal ne Frau, die mich versteht, obwohl jede Frau versteht mich gut. Das hat ja auch bei deiner Mom gut geklappt. So, wo ist denn jetzt die Waschan... Warte mal, da war's. Kartoffel-Dämpfer-Kartoffel-Waschanlage. Am Hof. Wo? Was denn? Was suchst du? Ach, der Dämpfer ist da oben? Wo? Ach, da hat sie doch nicht mehr alle. Und es leckt wieder. Ich krieg hier, ich krieg hier, ey. Wo ist der Dämpfer? Das sag ich dir nicht. Ich weiß wo. Du hättest nicht runtergehen müssen. Ja, aber dir ist gleich Ende, liebe Folge. Ja, und? Ich komm jetzt nochmal auf die Map. Brauchst du nicht, ich moderier jetzt ab. Alter. Was denn? Ich komm jetzt auf die Map, man. Das nächste Mal aufschreiben, Kartoffel-Dämpfer. Kommt der wirklich noch? Ich geh da steil jetzt bei, ey. Heißt nicht, geh der Steil jetzt bei? Ja, ich hätte jetzt noch schön hinten den Streuer anmachen, drauf machen können. Du leckst. Du leckst. Leck nicht. Du leckst? Nein, tu ich nicht. Nicht mehr. Hab ich nie. Ja, ich hab bestimmt geleckt, weil du den Suri da betreten hast. Ja, mit deiner Boboleitung. Ich muss dich ja immer mitversorgen. Nee, aber ich brauch Platz. So. Aber gut, meine lieben Freunde. Wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei McManus vorbei. Und wir sehen uns am Dienstag wieder. Haut rein. Am Dienstag? Nee, am Mittwoch. Nee, am Donnerstag. Oder? Irgendwann auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.